ODIIN! ODIINSTEST Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer ODIIN und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ein Hardware-Check-Video bzw. Fazit zu den Pamu-Kopfhörern. Das Unboxing und das Hardware-Video ist noch nicht online. Ich denke mal, ich werde es online schalten, wenn das Video kommt. Also, dass es kurz davor online kommt. Oder einen Tag vorher, ich weiß es noch nicht. Ihr seht, ich bin auch gerade am PC. Also, ich habe mein Streaming-Programm jetzt zum Aufnehmen und ich habe einfach nur den Chat ausgeblendet. Alles andere ist eigentlich so, als wenn ich am PC streame. Ich bin von In-Ears eigentlich sonst nicht so begeistert. Das wisst ihr, das habe ich schon in etlichen In-Ear-Videos jetzt gesagt. Und auch allgemein, wenn wir uns im Chat oder im Stream mal über In-Ear-Kopfhörer unterhalten haben. Ich bin mit In-Ear-Kopfhörern überhaupt nicht zufrieden. Die sind immer kacke gewesen. Immer. Komplett immer. Außer die. Und ich bekomme jetzt kein Geld dafür oder irgendwas. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Ich denke mal, ich werde es unten in die Ecke machen. Oder hier unter meinem Odin da irgendwo runter machen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe die gratis zur Verfügung gestellt bekommen. Ich kriege dafür kein Geld. Und ich habe mich gefragt, ob ich die mal testen will. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, testest du ein bisschen. Und dann kriegt sie eine Frau für unterwegs. Also, wenn sie dann wieder arbeiten ist. Wenn sie aus dem Babyjahr raus ist. Weil... Drahtlose Kopfhörer. Und du brauchst einfach nur hin. Und dann macht sie die Kopfhörer wieder hin. Und die werden dann in der Arbeitszeit wieder geladen. Hier oben ist übrigens... Habt ihr hier hinten einen Knopf. Also da ist der USB-C zum Laden. Damit ihr schnell ladet. Und da ist ein Knopf. Da könnt ihr dann das als Induktions-Ladefläche nutzen. Sieht man vielleicht da. Und da sind die In-Ear-Kopfhörer. Die zeige ich euch auch gleich nochmal von nahen. Die fallen auch hier nicht raus. Ich nehme erstmal einen raus. Nein, dann nehmen wir wieder gleich raus. Na komm. Ich mit meinen dicken Pfoten habe da immer ein bisschen Probleme, die rauszukriegen. So, das sind die In-Ear-Kopfhörer. Die blinken auch. Die blinken auch verschieden. Und so sehen die dann aus. Zack. Also hier durch diese Schmaler. Die halten so geil. Und das ist halt zum Laden. Und der andere sieht halt genauso aus. Eigentlich wollte ich sie. Meine Frau, gib mir jetzt behalte ich sie. Weil wenn es wirklich heiß ist. Und jedes Mal die fetten Kopfhörer auf. Wenn ich ja abends streame. Oder ein Hangout mache. Ist echt kacke. Du schwitzt dich da drunter so dermaßen in einem Wolf. Und die drin. Und funktioniert super. Ich muss nur gucken. Eins habe ich zu bemängeln. Ein einziges habe ich zu bemängeln. Und zwar. Man sieht hier. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Da. So ein bisschen seht da. Da steht. Seht ihr das in einem kleinen Kreis mit dem L. Und auf der anderen Seite. Ein kleiner Kreis mit rechts. Da würde ich mir wünschen. Bei der nächsten Charge. Oder wenn sie die nochmal aufleben. Das nicht in Grau. Weil. Helles Grau. Auf dunklem Grau. Ist echt. Scheiße. Also da würde. Das ist wirklich das Einzige. Was ich jetzt zu bemängeln habe. Dass das scheiße ist. Dass man das hätte weiß machen müssen. Weil ich habe da echt Probleme. Manchmal abends die zu sehen. Und muss mir das Licht anmachen. Oder mit Handy hier ran. Weil. Es ist wirklich schwer zu sehen. Wirklich schwer zu sehen. So. Ähm. Wir haben auf jeder Seite hier. Also hier oben. Unter meinem Finger. Da praktisch. Äh. Zwischen meinem Finger. Und. Also hier oben. Und dem Blinkenlicht da unten. Das ist. Ähm. Ein Touchfeld. Auf beiden Kopfhörern. Links. Wie rechts. Ähm. Ja. Ihr könnt damit verschiedene Sachen machen. Ich habe mir auch nochmal die Anleitung hierher geholt. Im Prinzip sind die Tasten fast alle gleich. Ich werde auch euch. Äh. Bei mir ist was passiert. Ich konnte die nicht mehr äh. Benutzen. drücken. Ähm. Es funktioniert auch mit Pause machen. Irgendwie. Bei YouTube. Wenn ich hier links ruf drücke. Einmal. Dann macht er Pause. Drücke ich nochmal ruf. Ihrt Video weiter. Voll cool. Äh. Jetzt müssen wir mal wieder gucken. Links rechts. So. Ich will euch nämlich auch mal was dazu zeigen. So. Sagt mal. Ich mache jetzt erstmal die Brio aus. Hier. Deaktivieren. Dann springt die nämlich hier gleich an. an. So. Und jetzt seht ihr mich praktisch am PC. Ähm. Ich weiß nicht. Ihr müsst jetzt hier oben auf die Ecke gucken. Ich hoffe ich kann das richtig aufnehmen. mal gucken. Ich muss mal gucken. Vielleicht seht ihr das jetzt. Ist jetzt gerade Vorfügeffekt. Jetzt geht es gerade nicht lauter. Warum auch immer. Vielleicht muss ich dafür ein Video anhaben. Wir machen jetzt einfach mal. Ähm. Was machen wir an. Wir machen jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Hangout von mir. So. Ihr dürftet jetzt keinen Ton haben. Weil im Streamy Programm habe ich es nicht eingeschalten. Da. Seht ihr das oben? Das ist jetzt ganz laut. Und jetzt kann ich es leiser machen. Müsst ihr oben links gucken. Im Bearbeiten werde ich es dann. So machen. Dass ihr das besser sehen könnt. So. Und wenn ich jetzt nur einmal drauf drücke. Zack. Pause. Und wieder geht es weiter. Seht ihr das? Ich mache mal so, dass ihr die Zeit seht. So. Und ich mache nichts. Zack. Und da geht es wieder weiter. Da auch. Und wieder weiter. weiter. Also das ist egal ob es links oder rechts ist. Dann habe ich eine. Ach die habe ich hier unten gemacht. Genau. Dann habe ich heute eine Datei bekommen. Deswegen mache ich das Video nämlich erst. Achso. Ich habe es schon offen. Okay. Deswegen mache ich das Video erst heute. Ich hatte nämlich das Problem. Dass meine Pamu. Miteinander nicht mehr verkoppelt waren. Ich weiß nicht wie es passiert ist. Ich habe gestreamt. Und habe die Nintendo Direct von der E3 2019 geguckt. Und denke. Hm. Hört sich ja ein bisschen komisch an. Mach den eben raus. Ton ist da. Mach den wieder rein. Mach den raus. Kein Ton da. Und dann habe ich eine Weile rum experimentiert. Und gemacht. Und getan. Und ich habe es jetzt leider nur in Englisch. Ich habe es mir dann mit Google Übersetzer in Deutsch übersetzt. Äh. Bis ich es hin. Also. Dass ich das alles hinkriegen kann. Und hat auch funktioniert. Und ich kann sie jetzt wieder nutzen. Ähm. Das wollte ich euch ja auch nochmal zeigen. Also. Die Datei. Die packe ich euch in die. Äh. In Google Drive rein. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Das. Falls euch sowas auch passiert. Braucht ihr nicht extra den Support anschreiben. Äh. Die Datei könnt ihr bei mir haben. Äh. Ihr könnt natürlich den Support anschreiben. Falls das dann nicht funktioniert. Oder irgendwas dergleichen. Aber das ist direkt vom Support. Von Pamu. Äh. Eine Datei. Wie man die wieder koppeln kann. Und das hat bei mir super funktioniert. Und die. Äh. Wie gesagt. Nicht speichern. So. Und die ist halt im Google Drive für euch extra drin. So. Und hier habt ihr jetzt praktisch meine ganzen Geräte. Also ich bin hier einfach unten auf Bluetooth gegangen. Und dann halt hier Gerät hinzufügen. Und dann öffnet sich die Seite ganz normal hier. So. Bluetooth Geräte. Ja. Wir haben hier auch Drucker. Das sind halt verschiedene. So. Aber wir gehen mal auf Bluetooth und andere Geräte. So. Dann haben wir hier oben Bluetooth ist ein. Ähm. Ich habe so ein Adapter. So ein Bluetooth Adapter. Bluetooth WLAN Adapter. Den habe ich mir beim Zusammenstellen vom PC mit reingemacht. Ähm. Desktop. Dann haben wir hier Tastatur und Maus. Äh. Da ist hier die Razer. Also die Ratzdrange. Die habe ich hier. Weil es keine Ahnung. So. Dann haben wir hier die verschiedenen Audio Geräte. Das sind meine Bildschirme. Das ist der Samsung Bildschirm. Der obere. Das ist der BenQ 4K Monitor mit HDR. Den ich hier vor mir habe. Dann Lautsprecher Realtek. Ist halt. Die Realtek High Definition kennt ihr ja. Ja. Das ist halt eigentlich der Audio Codec. Und die Platine, die bei fast jedem drin ist. Dann haben wir die Logitech 4K Streaming Edition. Und hier haben wir zweimal Pamu drin. Ich habe aber nur mit einem Pamu verknüpft. Und der hat jetzt beide drin gemacht. Musikwiedergabe verbunden. Und hier steht gekoppelt da. Also da braucht ihr euch nicht irgendwie. Die braucht euch nicht durcheinander bringen. Ihr verbindet ein und sagt ja. Ich will koppeln zulassen. Und müsst ein paar mal bestätigen. Und dann funktioniert das. Am Handy funktioniert es einfach genauso. Bluetooth an. Koppeln. Da steht aber nur ein Gerät. Warum am PC zwei Geräte sind. Kann ich euch nicht erklären. Weiß ich nicht. Es ist halt so. Dann halt meine rote Podcaster. Das ist halt mein Mikrofon. Und dann sind hier die anderen Geräte. Und wenn er dann am PC halt suchen wollt. Bluetooth. So. Wird er jetzt logischerweise nichts finden. Weil die sind verbunden. Also er kann ja. Also ist die Quelle zum Suchen ja raus. Weil er damit verbunden ist. So. Dann können wir das auch wieder schließen. So. Und ich bin mit dem Headset an sich. Also es sind ja Mikrofone drin. Die habe ich nur für Gespräche benutzt. Habe ich im Hardware Video ja getestet. Mit meinem Bruder zusammen. Der hat gesagt wenn ich lauter rede. Dann ist das okay. Sonst ist so ein bisschen dumpf. Hört sich das an. Ist aber für mich. Also wenn es für euch wichtig ist. Man versteht einen. Aber es hört sich ein bisschen dumpf an. Ja. Ähm. Also es ist so. Die Mikrofone sind natürlich auch hier oben. Und der Mund. Also das ist klar. Dass da ein bisschen Verlust ist. Ich kenne keine wo das Mikrofon. Wenn es weiter oben ist. Äh. Wirklich einen sauberen Sound hat. Das ist ganz logisch. Äh. Wäre jetzt ein Kritikpunkt. Für wen es interessant ist. Aber für mich ist das Mikrofon darin eher suboptimal. Also das interessiert mich eigentlich nicht. Solange man mich so ein bisschen versteht. Ist mir das ideal. Ja. Man muss mich nicht glasklar verstehen. Als wenn ich neben ihnen bin. Aber man muss mich etwas verstehen. Und das macht es. Das macht es gut. Ähm. Sound ist richtig gut. Also da habe ich nichts zu meckern. Der Sound kommt. Der Bass kommt gut rüber. Ich verstehe Stimmen klar und deutlich. Wenn Stimmen und Musik sind. Verstehe ich beides sehr gut. Ähm. Ähm. Ja. Wie normale. Eigentlich wie normale. Super Kopfhörer. Also die jetzt schon. Nicht jetzt so. So 19, 20 Euro Klasse. Schon ein bisschen was preiswerter. Äh. Höher im Preis. Würde ich jetzt so sagen. Ähm. Ich habe die nicht. Ich habe keine Messgeräte da. Um die auszumessen. Oder irgendwas. Ich kann euch nur sagen. Ähm. Ihr seht. Die sitzen immer noch fest. Ich hasse in ihr. Gebe ich ehrlich zu. Und äh. Ich stehe zu meinem Wort. Ich hasse in ihr Kopfhörer. Bis zum letzten. Bei meinen Samsung war immer diese Scheiß in ihr Kacke mit bei. Immer. Ich habe die ja hasst. Und bei meinem Huawei P10. Und bei meinem. Ähm. Ähm. Hanna. Ja. Da war das geile. Da war kein in ihr mit bei. Da sind ganz normale Kopfhörer mit drin. Also. So wie ihr es von damals kennt. Rinn. Oder so. So Apple. Apple mäßig. So wie Apple Airport. Oder Apple. Allgemein. Die Kopfhörer von Apple. Ich habe dann bei Samsung. Habe ich. Habe ich dann von Kollegen. Habe ich dann. Ähm. Apple Kopfhörer gekriegt. Und die habe ich immer benutzt. Weil ich hasse diese In-Ear Dinger. Ich habe dann ab und zu nochmal In-Ear getestet. Äh. Vom Sound waren die immer sehr gut. Und äh. Ja. Aber. Och. Die sind mir ständig rausgefallen. Und ja. Wenn jetzt die Fragen kommen. Da sind ja diese Gumminuppe bei. Sind bei dem auch. Ich habe jetzt die Originalen drauf. Die jetzt von Anfang an drauf waren. Ich könnte auch andere drauf machen. Die reichen mir aber aus. Ähm. Das hat halbwegs geholfen. Aber sonst waren In-Ear Dinger immer scheiße. Und ich stehe dazu. Außer die Dinger. Und ich habe sie eigentlich ja wie gesagt auch nur getestet. Für meine Frau. Äh. Die sie jetzt leider nicht kriegt. Die. Weil. Ich bin damit mega zufrieden. Die sitzen. Und bleiben sitzen. Die fallen mir nicht raus. Obwohl. Ich habe eher gedacht. Muss ich auch dazu sagen. Also ich war skeptisch am Anfang. Ich war sehr sehr skeptisch. Weil ich dachte. Oh. Die haben aber ein bisschen Gewicht. Und ähm. Ja. Kein Kabel. Kein nix. Gut. Aber die haben Gewicht. Die. Zack. Bumm. Die müssen noch rausfallen. Nein. Gar nicht. Ich habe sie im Stream. Oh. Wie lange haben wir jetzt streamt? Äh. Fünf Stunden oder so. Ich habe die fünf Stunden drin gehabt. Fünf Stunden. Oder über fünf Stunden sogar. Nichts rausgefallen. Nicht locker geworden. Gar nichts. Tipptopp. Äh. Reichweite. Kann ich euch auch was dazu sagen. Die Reichweite ist richtig geil. Also ich habe meinen Bluetooth Empfänger. Ist hier unterm Tisch. Der steht direkt auf dem PC drauf. Ähm. Das ist mein Bluetooth Empfänger. Für die. Sieht man es? Da ist ein G drauf. Ja. Für die Logitech G933. Also die teureren von Logitech. Gaming Headset. Wenn ich das genau da unten auch am PC ran mache. Ich komme bis in die Küche. Halbwegs in den Flur. Badezimmer und Schlafzimmer. Sieht schon scheiße aus. Da habe ich dann Aussetzer oder gar nichts. Hiermit habe ich getestet. Die kann ich bis in den Hausflur gehen. Weiter bin ich nicht gegangen. Ohne Abbrüche. Ohne irgendwas. Und verstehe trotzdem noch alle super. Funktioniert richtig geil. Äh. Tragekomfort. Ich packe die jetzt mal wieder weg. Tragekomfort wie gesagt ist erste Sahne. Ja. Auch hier die fallen nicht raus. Hier packe ich sie rein. Da ist das USB-C zum Laden. USB-C habe ich sowieso wegen Handy und so. Und äh. Mich haben sie auf ganzer Linie überzeugt. Wirklich komplett überzeugt. Und ich werde die auch weiter nutzen. Und vor allen Dingen in Streams. Und vor allen Dingen jetzt bei der Hitze. Ist das so scheiße mit diesen fetten Kopfhörern. Da ist es mit denen viel cooler. Und das geile ist. Ich kann nicht vergessen die zu laden. Weil. Da drin werden sie geladen. Und jetzt hier oben leuchtet. Seht ihr. Der Akku ist voll. Ja. Und ich packe die dann einfach rein. Da werden sie geladen. Und ich weiß die sind dann nächsten Tag für mich wieder bereit. Und könnte nächsten Tag wieder loslegen. Also von mir auf jeden Fall richtig Daumen hoch. Die allerersten In-Ears die ich habe. Die wirklich halten. Nicht rausfallen. Die einen geilen Sound haben. Und bin ich wirklich komplett zufrieden bin. Und das sage ich nicht. Weil ich sie gratis bekommen habe. Oder irgendwas dergleichen. Nein. Überhaupt nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Meine eigene persönliche Meinung. Und ich habe auch kein Geld dafür bekommen. Um sowas zu sagen. Oder weil kommen die immer. Ja du kriegst ja Geld dafür. Nein kriege ich nicht. Die haben nur gefragt. Ob ich sie vielleicht in einem Video zeigen wollen würde. Und ich fand das Konzept interessant. Für meine Frau. Die sie jetzt ja leider nicht mehr kriegt. Die bleiben bei mir. Ähm. Und dachte. Mensch. Das wäre was. Das würde euch vielleicht auch interessieren. Deswegen habe ich gesagt. Ja ist okay. Schickt mir her. Ich gucke es mir mal an. Und. Ich muss auch ehrlich sagen. Ich bin da ran gegangen. Wie ich euch gesagt habe. In ihr. Die fallen wieder raus. Haben sie einen tollen Sound. Dann kannst du auch wieder nur sagen. Der Sound ist toll. Aber scheiße. In ihr hasse ich. Weil sie immer rausfallen. Nee. Gar nicht. Also wirklich. Also das sind die aller allerersten In-Ears. Und ich habe viele In-Ears gehabt. Auch von Freunden. Die haben gesagt. Hier guck mal. Die halten bei mir super. Guck mal. Und alles mögliche getestet. Und. Ach. Ich weiß nicht. Auch so In-Ears. Mit oben noch so einem Steg dran. Was du denn hier am Ohr hast. Alles getestet. Äh. Nein. Fallen raus. Äh. Die mit dem Steg sind ein bisschen besser. Aber die fallen. Also die fallen auch raus. Aber nicht so schnell wie die normalen In-Ears. Aber die. Über 5 Stunden getragen. Nicht einmal rausgefallen. Nicht einmal locker geworden. Irgendwas. Dass sie nachgegeben haben. Wo ich dachte. Oh. Die musste nachstecken. Gar nichts. Ich habe selber aus Versehen immer wieder. Oh. Sind sie nur da. Weil irgendwann merkst du die ja auch nicht mehr. Und dann hast du so das Gefühl. Oh. Die fallen raus. Aber die sind fest. Nix. Ja. Also. Von mir aus. Komplett. Daumen hoch. Ähm. Ja. Dann sollstet jetzt soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe. Ich konnte euch damit einen Gefallen tun. Weil viele haben ja dann im Stream gefragt. Ob ich. Wann die Videos dazu kommen. Und wie gesagt. Ich wollte die nicht online schalten. Bis Pamu sagt. Ja. Kriegst du wieder hin. Weil wenn die jetzt. Gesagt hätten. Oh. Jetzt sind sie nicht mehr gekoppelt. Äh. Da haben wir keine Möglichkeit. Die mehr zu koppeln. Dann hätte ich natürlich gesagt. Hey. Geile Kopfhörer. Aber wenn die einmal nicht gekoppelt sind. Kriegt er sie nicht mehr zusammen. Oder so. Das hätte ich dann natürlich auch gesagt. Aber. Jetzt. Geht alles wieder. Wie gesagt. Die Datei findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt auch erstmal Schluss. Wenn ich euch damit helfen konnte. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt. Einfach in die Kommentare posten. Ich werde jetzt mein Bestmögliches tun. Die noch weiter zu testen. Und vielleicht nächstes Mal noch ein kürzeres Video. Und nochmal ein Fazit Video. Irgendwie nach einer Weile testen zu geben. Weil. Jetzt konnte ich ja nicht so lange testen. Ich hab. Hab die jetzt. Äh. Knapp eine Woche getestet. Ne. Über eine Woche. Äh. Wären jetzt. Rein theoretisch wären es jetzt 14 Tage gewesen. Aber da. Das jetzt nicht gekoppelt war. Hab ich vier Tage verloren. Also. Ja. Sozusagen. Aber ich werde die noch weiter testen. Und euch noch mehr dazu sagen. Beim nächsten Mal. So. Das soll es jetzt aber wirklich dazu gewesen sein. Däumchen wäre. Träumchen. Wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt. In die Kommentare. Ich bin da mal weg. Haut da rein. Ahoi. Ja. Ja. Sagt euer Odin. Einstest.